einen wunderschönen guten tag finde ich sehr schade sehr coole videos sind entstanden hintergrund wir machen ergonomische gaming stühle bisher hatten wir noch bis zuletzt gehofft dass sich eine friedliche lösung finden wird menschen gestartet haben und am 21.05.2022 wir sind wieder mit dabei die leite in bilden märkten frankfurt und dann bleiben sie immer herein die leite in den bilden und wir können die leite in den bilden die leite in den bilden die leite in den bilden 48 Stunden später gelöst Die Grems kommt, ist vorbei, mein Affiliat-Status Freitag schaltet. So, hallo, einen wunderschönen guten Abend, welcome back. Lame ist aber, ich habe keine, äh, SD-Karte. Den hieb ich mir so, hä, von wem? Licht, Ton. Und ja, ich habe mir hier verschiedenste Filme angeschaut, war super interessant, deutsche Filme sowohl, ähm, aber auch türkische Filme zu sehen. Am 2. Juni, ähm, ist das beliebte Kreter Barcamp. Die Grems kommt, wie ich es eigentlich nicht, ähm, machen wollte, sondern eigentlich südisch nach. Wir bringen Among Us VR, so it is the beloved game from, äh, the mobile phone. Ich kann da nicht zu viel mitnehmen, ähm, ja, und insta wieder rein. Ich bin grad rein mit dir auf. Äh, wenn du Hilfe brauchst, schreib mir einfach an, dann machen wir echt zusammen. Ich zeig das euch mal. Hier steht ungefähr ein bisschen flach drauf. Hier habe ich einen Kollegen getroffen, der mir ein bisschen seine Kamera teilt. Wieder da, 24 Stunden, veranstalten wir einen Spenden-Livestream. Sie haben sich halt dann auch quasi gegen die Menschheit gewandt und haben dann angefangen, Menschen zu verwurschen. Oh, 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 oh. Oder? Oder? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Onze Lock içeris vous bajo dr táchan. Und dann sera. Und dann iststjasssagen. Ciao! Ciao!